Das ist Niklas Finken, ihr Neuer Mitschüler. Wo sitzt jemand? Marc, das geht so nicht. Warum Neuer? Warum in unsere Klasse? Es mag nicht übel, wenn er dir so begegnet. Er lässt seit dem Tag kein mehr an sich ran. Ganz alltägliche Sachen können dich wieder daran erinnern. Wir sind für alle Ewigkeiten in diesem Gebäude eingesperrt. Für alle Zeiten da oben, in diesen 23 Minuten. Wir waren alle dabei. Klassenraum 24. 20 nach 10. Er hat nur 23 Minuten gebracht. Weiß irgendjemand, wie verzweifelt sie wirklich sind? Wieso? Machen einfach alle weiter wie bisher? Schau dich doch mal um. Hier macht niemand einfach weiter. Weil hier versuchen alle nur zu überleben. Immer noch. Wenn sie nichts Neues in ihr Herz lassen, dann hat die Zukunft irgendwann nichts mehr, was sie hier ausreißen kann, Marc. Dann sind sie wirklich gestorben. Dann hat er sie wirklich.